Wissen Sie auch, was ein Haus so sehr in Verruf gebracht hat, Mr. Fischer? Borg, Vampirismus, Kannibalismus, Necromanie, Rauschgift, Sadismus. Und wie hat es geendet? Wenn es geendet hätte, würden wir wohl kaum hier sein. Aber er ist nicht weg, er ist in mir. Selbst jetzt, wo ich mit Ihnen spreche, da fühle ich ihn halt so. Er wartet nur darauf, durch mich zu sprechen. Das Haus hat versucht, mich umzubringen. Beinahe hätte es Erfolg gehabt. Das akzeptiere ich nicht. Ganz nackt. Oh, Petron. Bitte, bring Sie mich von hier vor. Bitte. Nein! Aaaaaaah!